Leute, die an die Wand dehnen. Und was ist hier? Wir werden welche geschlagen. Und hier ist irgendeine Schießerei. Ja, toll. Alle gestorben. Hallo. Ein Sprayer. Tötet ihn. Der ist weggebrannt. Und doch hat einer weg und der Hund hat ihm beinahe an die Eier gebissen. Hallo, ich hab ihn ja gar nicht gesehen, Typ. Nochmal, Soldaten. Kampfjets, Geheule. Ein Auto wird gesichert. Und hier wollen wir nicht erschossen. Der ist weg, weil so viele Leute da sind. Es liegt, weil so viele Leute da sind. Hallo. Steh auf! Au. So. Wir sind nur noch verschwommen. Hallo und Hallo. Oh, ich bin dumm. Ich kann nicht laufen. Hm. Hallo und Sakai. Das zeig ich einfach mal so. Hallo. Ich geh bei Augen. Da und da und. Jetzt zu spät, um sie zu überwältigen. Jetzt zu spät, um sie zu überwältigen. Und da und da und. Ich hab bei einer hätte dich erschossen was. Du bist eine Versuch. Du kommst nicht raus. Schuss. Hallo. Ähhhh. Schon bin ich tot. So. Und wieder ein hunt wird schon. Die Mission kann man eigentlich überspringen. Also, würde ich gerne. Die ist nur langweilig und bringt nix. Ja. Ja, oh. Gegner. Stürb. Ja, stell dir mal vor, ich würde jetzt hier sterben. Ah, ich hab mir viel gehalten. Ah ja. Kammerwurf. Jetzt hab ich nicht zu... Oh, geil. Geil, geil. Geil. Nein, das sind nur Schatten. Hm. Sind die alle schon tot, oder was? Oh, der ist erledigt. Ah, die sind erledigt. Weiter. Oh, ne Axt, geil. Nimm die Axt. Ding. Hm, mach das Holz. Genau, wieder einen Allkampf aufnehmen. Falls da hinter jemand war. Hm. Wo ist das Dangerous? Da ist doch was. Das seh ich genau. Was? 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 Ist erledigt. Was sollte denn das? Ich hab da nur in die Lehrer geschossen. Hö, hö. Ist erledigt. Oh, das war Milch. Milch. Hier. Schau mir mal das Gebäude ein bisschen an. Wer? Alter, können die nie abspülen, die Leute hier? Bäm. Und die Scheiße spritzt draus. Ja, das riecht nach Scheiße. Das bin ich. Ich hab in die Toilette geschossen. Hm, sie sind noch gar nicht die Männer hier, ne? Heute würde ich nie sehen, Typ. Was ist das Ziel, Kamarov? Wir müssen einen Informantraus holen. Die Unternationalisten haben BM21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Fähilisten im Tal getötet. Hm, ja. Ja, ja, komm, komm, komm. Was ist los? Obplatzt, Leute. Ich bin der Erste. Ich bin der Wichtigste. Ja, gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Zeichen hin an. Hier lang. Von da aus kann ich ihr Scherzschütze meine Männer schützen. Dann alle einen Angriff sofort starten. Ich glaube, ich sollte die alle töten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es war mal egal, ich geh mal. Ja, wie passend, dass die genaue Lücke im Zaun ist. Kontakt im Nordwesten. Pam, pam. Einmal uns. So, schalten Sie die NG-Schütze an den Fenstern aus, damit Kameras Männer das Gebäude stürmen können. Sind Sie doch schon. Natürlich bin ich hier der einzige Scharfschütze. Scheiße, Fein-Hubschrauber. Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamerauf. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor Ihnen schützen. Hier rein. Wachen Sie hin, Kamerauf. Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bannen einen Weg direkt zu Ihren Informanten. Ich muss weiterlaufen. Ich muss weiterlaufen. Ich muss weiterlaufen.